Hallo, ich bin Ron. Logisch, dass aufgrund der aktuellen Situation alle Eingangstüren bei Möbel Höfner gerade geschlossen sind. Aber für alle Ihre Wohnwünsche ist Ihr Höfner natürlich auch weiterhin offen. Willkommen zum echten Einkaufserlebnis bei Höfner. Viele neue Wohnideen und jede Menge neuer Waren. Denn es gibt ja nicht nur 23 Höfner Möbelhäuser. Bundesweit sind riesige Lager prallvoll. Und das mit allem, was Sie sich für Ihr Zuhause wünschen. Höfner hat einen fantastischen Online-Shop. Entdecken Sie unter höfner.de jetzt die ganze Welt des Wohnens. Und verschönern Sie Ihr Zuhause jetzt ganz bequem von zu Hause aus. Apropos bequem. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Lieblingsprodukt haben, dann beraten die freundlichen Mitarbeiter der Höfner Service Hotline Sie auch gerne am Telefon. Richtig, genau. Das geht ganz einfach und unkompliziert. Die Nummer der Beratungs-Hotline lautet 0800 44 3x0 33. Ob Sie ein neues Schlafzimmer suchen, Ihr Wohnzimmer neu gestalten oder Ihre Traumküche planen möchten, Höfner Homeshopping bietet eine Riesenauswahl zu Bestpreisen und eine persönliche Beratung am Telefon. Und wenn Sie dann Ihre Auswahl getroffen haben, dann kommt einer von unseren 700 knallroten Höfner LKWs mit Ihrer Ware direkt zu Ihnen nach Hause. Und na klar, auf Wunsch montieren unsere Profis unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen auch gleich alles vor Ort. Oder Sie nutzen einfach den Click & Collect Service. Das heißt, online bestellen. Und Sie empfangen Ihren Wohnwunsch direkt an der Warenausgabe Ihres Höfner Hauses. Worauf warten Sie noch? Klicken, schocken, freuen. Ich finde, das hat Ihr Zuhause verdient. Alles, was Ihr Herz begehrt, finden Sie auf höfner.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis bald, auf Wiedersehen. Bis bald, auf Wiedersehen.